hallo liebe freunde von schmalfuß mobilfunk heute haben wir mal was völlig anderes für euch und zwar bei uns hier im shop in altenburg wird gekickert richtig überall läuft die em und auch bei uns hier kommt ganz einfach vorbei und spielt an unseren kickertisch egal ob in teams mit freunden oder wie auch immer kommt vorbei und werdet em meister am kickertisch hier bei schmalfuß mobilfunk in der sporenstraße 17 in altenburg und das ganze soll natürlich nicht für umsonst sein nein es gibt sogar preise zu gewinnen bei uns ist niemand ein verlierer nein jeder der vorbeikommt hat chance preise abzuräumen und als erster preis ich glaube der chef ist nicht mehr ganz dicht gibt es diesmal ein tap zu gewinnen was müsst ihr dafür tun ganz einfach täglich ab 16 uhr hier bei uns vorbeikommen an den kicker loslegen und abräumen und der gewinner sozusagen im pokalspiel wird dann gekürt und natürlich werden wir dieses endspiel auch live übertragen bei facebook und der sieger nimmt diesen tipp mit nach hause und natürlich wie immer ein was wenn ihr diesen beitrag seht liken 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 danke die jungs und mädels von schmalfuß mobilfunk